Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie ihr schon am Titel des Videos heute gesehen habt, haben wir heute ein DM-Haul. Ich war vor ein, zwei Tagen mit meinem Schatzi bei DM und wir haben zusammen uns ein bisschen durchgewummelt. Und ja, heute wollte ich euch in diesem Video meine Einkäufe zeigen. Ich habe heute irgendwie mega Bock auf dieses Video, richtig, richtig toll. Aber warum auch immer, seit fünf Minuten habe ich so einen Hardcore-Kreislauf. Und ja, wir beißen jetzt hier aber zusammen durch und ich reiße mich ein bisschen zusammen. Starten wir mit den Einkäufen. Als allererstes habe ich hier Wattepads von Evelin. Das ist die 140er-Packung und ja, Wattepads benutze ich eigentlich ganz oft zum Abschminken. Und die hier sind einfach ein absolutes Must-Have. Dann hat Florian was gefunden und zwar ist es eine Mordwaffe für kleine, arme, harmlose Fliegen. Wir haben in letzter Zeit irgendwie total die Brummer bei uns in der Wohnung gehabt. Und ja, deswegen hier eine kleine Mordwaffe. Das nächste Produkt ist auch einfach nur ganz stumpf nachgekauft. Und zwar sind das Q-Tips, auch von der Marke Evelin. Die 160er-Packung. Da nehmen wir eigentlich immer irgendwelche. Eine Zeit lang war ich auf diesem Trip. Oh mein Gott, es müssen die originalen Q-Tips sein. Aber weiß ich nicht. Irgendwie zwischendurch merke ich dann halt irgendwie doch nicht den Unterschied. Oh, ich hab grad ganz doll Kreislauf. Was ist denn los? Oh, ich hab voll Bock gerade zu filmen. Ich hab mich extra ready gemacht. Ich hab grad so ein bisschen Hitzewelle. Entschuldigung, ich möchte gar nicht jammern, aber irgendwie spielen meine Hormone gerade verrückt. Dann hab ich hier ein paar Produkte für den Urlaub gekauft, weil Florian und ich in ein, zwei Wochen in den Urlaub fahren. Und wir uns deswegen hier schon mal ausgerüstet haben. Und zwar ist es von DM von der Sundance Marke. Das Aloe Vera Aftersun Gel. Das hier ist halt beruhigend für die Haut, nachdem man den ganzen Tag in der Sonne war. Und so ein Aloe Vera Gel ist halt super, super gut, weil es die Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Und dann halt die Bräune auch im Endeffekt viel, viel länger hält. Das nächste Produkt ist auch von Sundance. Und zwar ist das ein transparentes Sonnenspray. Das find ich ganz cool, wenn man sich halt einfach so einsprühen kann und das Ganze dann halt super, super schnell geht und das Ganze halt auch durchsichtig ist. Das halt, glaub ich, war es, was zum Shoppen so ganz gut ist, wenn man halt nicht am Strand liegt, sondern halt auch so ein bisschen unter Leuten ist. Aber für den Strand haben wir uns dann auch so ein richtiges Sonnenspray geholt. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht wo krass der Unterschied ist, aber das hier soll halt nicht transparent sein. Das hier wird dann halt unser Strandsonnenspray. Ich habe mir diesen Sommer vorgenommen, mal Selbstbräuner auszuprobieren. Und ich habe in letzter Zeit total viele Leute von mal Werde-Selbstbräuner-Reden hören. Und ja, ich bin so ein bisschen skeptisch, weil ich hier relativ trockene Haut habe und die halt oft fleckig wird bei Selbstbräunen. Ne. Tut mir leid, ich muss das Ganze ganz kurz hier abbrechen. Äh, ich mache in der Stunde weiter. Sorry, mir geht es gerade gar nicht gut. So, hier bin ich wieder, knapp zwei Stunden später. Ich wollte mich eigentlich nur ganz kurz ins Bett legen, um so ein bisschen klar zu kommen. Ja, bin dann wieder eingeneckt. Wir machen jetzt aber ganz stumpf weiter. Ich habe eben überlegt, ob ich nochmal von vorne anfange, aber nö, ich glaube bisher war es safe. Wir machen jetzt einfach weiter und ich zeige euch die nächsten Produkte. Die nächsten drei Produkte gehören alle so ein bisschen zusammen und sind jetzt auch wahrscheinlich nicht die ästhetischsten, aber sie gehören dazu für ein ästhetisches Körperbild, keine Ahnung. Und zwar sind das alles Produkte für Haut-Haut-Entfernung an den Füßen. Ja, das Ding ist halt irgendwie, bei D.M. heute erwarten immer alle so Lipglas, Mascara, ein bisschen Puder. Ja, aber bei D.M. kauft man halt auch manchmal Sachen fürs Real Life. Und ja, Hornhaut-Entferner, Hornhaut-Raspel und Bimms-Schwamm. Und auch noch was für die Füße, aber vielleicht nicht ganz so strange, ist noch ein totes Meer-Fußbad für strapazierte Füße. Und ja, das fand ich da auch ganz interessant aus. Dann habe ich noch ein neues Duschgel mitgenommen. Das hatten wir schon mal mit Melona. Und zwar Wassermelone, weil Wassermelone ist für mich Melona. Ich feiere die Duschgels von Balea richtig, richtig doll. Und mag das hier auch total gerne. Und auch der Geruch, Leute. Ich glaube, das ist das dritte oder vierte Mal, dass ich das jetzt gekauft habe. Und ich liebe diese Sorte. Dann haben wir noch zwei Produkte für Florian. Einmal ein neues Deo von AXE, Black Knight. Das fand ich roch ganz gut. Ja, das mag ich echt gerne. Oh ja, I like. Und dann noch ein Duschgel von AXE. Und zwar das Urban mit Charcoal & Clean Body Wash. Ich fand das roch halt einfach auch so ein bisschen frisch, aber halt auch irgendwie so ein bisschen würzig. Keine Ahnung, finde ich ganz schwer zu beschreiben, aber irgendwie ein total interessanter Duft. Und ja, das haben wir auch einmal mitgenommen. Oh, ich sehe gerade, ich habe vorhin in meinem Kreislauf-Breakdown noch ein Sundance-Produkt vergessen. Und zwar ist das hier das Sonnenöl. Und zwar in Lichtschutzfaktor 6. 6 ist definitiv viel zu niedrig. Aber was ich halt ganz gut finde, ist, wenn man halt sich erst schon eingecremt hat, dann zwischendurch halt nochmal mit einem leichteren Schutz drüber zu sprühen. Außerdem finde ich es super, dass bei einem Sonnenöl trotzdem noch Lichtschutzfaktor drin ist, damit man halt sich es nicht so komplett übertreibt. Mit Sonnenöl muss man halt aufpassen, dass man sich nicht verbrennt. Und deswegen finde ich es gut, dass hier wenigstens noch ein kleiner Schutz zusätzlich mit bei ist. Dann habe ich mir noch was total Cooles gekauft, weil ich jetzt diese Woche auf dem Web-Video-Preis bin. Ein kleines Haarspray. Weil zwischendurch passiert mir das halt total oft, wenn ich auf Events bin und halt auch irgendwie meine Haare mache oder so, dass die erst total gut sitzen. Und im Laufe des Abends oder im Laufe des Tages, keine Ahnung, immer schlechter werden. Und dann habe ich halt nie Haarspray dabei, weil die Haarspray-Flaschen halt immer zu groß sind, um sie in die Tasche zu stecken. Deswegen habe ich mir das Tuff Haarspray einmal in klein gekauft. Das ist super. Das hat halt total guten Halt. Das haben wir auch immer in groß da. Und deswegen habe ich halt das selber einmal noch in klein gekauft, weil man sich hier drauf echt verlassen kann. Es hält nicht für immer, aber es hält echt gut. Und ja, das hier mag ich echt sehr, sehr gerne. Machen wir weiter mit ein bisschen Make-up. Und da kann ich gar nicht so viel zeigen, aber ihr werdet es in den kommenden Tagen sehen, weil ich extrem, extrem viele Produkte von Essence gekauft habe für ein komplett One-Brand-Make-up-Tutorial. Ich werde nämlich ein kompletten Make-up-Tutorial nur mit den Produkten von Essence schminken. Dementsprechend macht euch auf jeden Fall darauf bereit, weil das kommt auch die kommenden Tage online. Ein anderes Make-up-Produkt habe ich aber trotzdem noch gekauft, und zwar von L'Oreal, die Lip Pants in Matt. Und da die Farbe 201 Hollywood Beige. Das ist halt einer von diesen Liquid Lipsticks von L'Oreal. Und ich fand, das sah irgendwie total vielversprechend aus. Die Farbe sieht echt schön aus. Finde ich total cool. Von der Konsistenz ist das Ganze auch so ein ganz bisschen musig. Und das mag ich eigentlich ja nicht so gern. Aber wir lassen uns überraschen, wie das Ganze sich auf den Lippen verhält. Aber wie gesagt, das hier wollte ich auf jeden Fall ausprobieren. Das waren dann auch schon alle Produkte für den DM-Haul. Aber kommen wir noch zu einem ganz spannenden Part, und zwar die Verlosung. Ich fand einfach, es war mal wieder an der Zeit, mich bei euch für eure tatkräftige Unterstützung und für all den Support in der letzten Zeit zu bedanken. Und hab mir halt überlegt, dass ich deswegen auch auf YouTube hier mal wieder eine kleine Verlosung mache, um mich bei euch für all die tatkräftige Unterstützung zu bedanken. Und zwar verlose ich heute einen kleinen Schminkkoffer von der Marke NYX. Ja. Als YouTuberin bekommt man hier und da immer mal wieder auch von Marken Produkte zugeschickt. Und bei mir ist es halt so, dass ich halt jahrelang als Make-up Artist gearbeitet habe und auch noch einen riesengroßen Schminkkoffer habe. Ich weiß es natürlich unglaublich zu schätzen, diesen coolen Schminkkoffer von NYX geschenkt bekommen zu haben. Der ist natürlich auch gefüllt mit Goodies. Aber wenn man ganz ehrlich ist, alle Produkte davon benutzen, kann man eigentlich auch gar nicht. Deswegen ein, zwei Sachen habe ich mir hier rausgepickt, die ich auf jeden Fall noch für euch testen wollte. Und zu NYX kommt demnächst auch noch ein kompletter NYX Make-up Tutorial. Deswegen komplett vollständig ist der Schminkkoffer hier nicht mehr. Aber er ist wirklich randvoll. Wir haben verschiedene Highlight- und Contoursticks oder auch so ein bisschen Blushsticks in mehreren Farben. Wir haben eine Lidschattenpalette. Wir haben ganz viele verschiedene Pinsel, Liquid Lipsticks und dann auch so NYX Turnbeutel. Das war jetzt sozusagen der riesengroße Hauptpreis. Aber es gibt noch zwei kleine andere Preise. Und zwar habe ich für euch zwei DM-Gutscheine besorgt, womit ihr euch halt auch euren nächsten DM-Hall so ein bisschen finanzieren könnt. Um an dieser Verlosung teilzunehmen, müsst ihr lediglich Abonnent meines Kanals sein, weil das natürlich hier für meine Community Team Julina ist. Und mir in die Kommentare eure Lieblingsprodukte von DM schreiben. Und ganz, ganz wichtig zusätzlich zu den Produkten, schreibt mir bitte euren Instagram-Namen mit ins Kommentar, damit ich euch dort kommentieren kann. Das ist einfach am zuverlässigsten. Nicht, dass ich euch im Endeffekt aussuche und euch dann halt schlecht über YouTube-Nachrichten oder so kontaktieren kann. Dieses Gewinnspiel wird für eine Woche laufen und ja, dann werden die Gewinner auch in der Infobox hier benamentlich stehen. Ich drücke euch ganz, ganz doll die Daumen, aber alle Infos findet ihr im Zweifelsfall auch nochmal hier unten in der Infobox. Zusätzlich werden in kommender Zeit auch noch mehrere Verlosungen kommen. Sowohl nochmal was auf Instagram als auch auf Snapchat und Twitter. Ich bin momentan so ein bisschen am Planen und am Sammeln und am Vorbereiten. Aber ich habe gedacht, dieses Gewinnspiel für YouTube ist erstmal ein ganz geiler Start. Ich hoffe einfach, dass ihr euch über die ganze Aktion freut und ja, wie gesagt, dass ich so ein bisschen an euch damit zurückgeben kann. Ich hoffe unglaublich, dass euch dieses Video heute gefallen hat, trotz des kleinen Breakdowns, den ich erst hatte. Aber ja, eigentlich geht es mir jetzt auch schon wieder ein bisschen besser. Ich bin jetzt auch endlich fertig mit meinem Gesabbel für heute. Fühlt euch auf jeden Fall ganz doll gedruckt, fühlt euch geknutscht und bis wir uns das nächste Mal sehen. Habt einen schönen Tag!